Es war klar, dass natürlich immer so viele Wachen rundherum sind. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden, keine Kontakte im Süden. Scheiße, ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Deshalb machen wir wohl diese scheiß Bewacherjobs. Verdammter Robber, er sollte uns lieber was liefern. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Das mache ich doch. Die können wir nämlich auch alle ganz leicht erwirken. Jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich hätte ihn normalerweise hier hinter diese Tonne getehrt, damit er nicht gesehen wird, die Leiche. Weil sobald die die Leiche entdecken, dann werden die aufmerksam. Okay, verstecken wir uns mal hier dahinter. So, das nehmen wir natürlich mit, den Knüppel. Der ist sehr sinnvoll. Ich nehme lieber den Ziegelstein. Ich mag Ziegelsteine lieber als die Flaschen. Am besten hier immer schön geduckt laufen und hinter den Kisten verstecken. Das Beste, was man machen kann. Ich werde hier auch nur ganz wenig, wenn überhaupt, diesen Lauschmodus benutzen. Noch ein Messer. Tess, was machst du denn für Geräusche? Die stöhnen da hinten rum. Okay, wo kommt der jetzt lang? Okay, sie haben ihn entdeckt. Das war natürlich jetzt nicht geplant. Aber wir kriegen das trotzdem noch hin. Weil die Idioten trotzen trotzdem nicht richtig umher. Ups. Schnell weg. Scheiße, jemanden hat's erwischt! Ups. Hab ich jetzt gesehen? Ja, scheiße. Okay. Ja, das war jetzt natürlich nicht so geplant von mir. Was sie auch gut machen können, das zeige ich euch jetzt. Wenn sie euch entdeckt haben. Da ist er. Da ist noch einer. Zeig dich, du Memme. Memme! Glaub's ja wohl. Aber man sieht, wie dämlich die sind. Die gucken gar nicht hin an den Rücken. Na, dämlich. Der latscht da hinten und klatscht noch nicht mal. Der kriegt das überhaupt nicht mit. Hey, siehst du da nügendwas? Hallo, verdammt. Hörst du mich? Wundert dich das nicht, dass keine Antwort kommt, du Vollidiot? Bei dem letzten, der steht normalerweise sowieso auch immer ein bisschen blöder. Da macht er das einfach so. Und fertig ist das Ding. So, jetzt hab ich aber noch... ...was vergessen. Halt. Den Ziegelstein nehm ich doch lieber hier. Und zwar... Aber mit dem Ziegelstein kann man nämlich auch Gegner erschlagen. Das geht mit der Flasche natürlich nicht. So, jetzt nehm ich noch ein Zettel. Die verdammten Soldaten haben eins unserer Schiffe entdeckt. Ich dachte, das war's. Aber dieser Warbot kannte einen von denen. Er hat sie bestochen, damit sie uns in Ruhe lassen. Also ist er wohl doch für was gut. Der Penner kann quatschen. Hat uns ein Drittel der Ladung gekostet und ich glaube immer noch, dass sie uns reingelegt haben. Wie zum Teufel haben die uns bei dem Nebel gefunden? Egal, folgendes haben wir reingeschafft. Zwei Kisten Klamotten, sogar neue Jeans. Eine Kiste Klopapier. Herrlich. Zwei Kisten gefrorenes Fleisch. Kanalischer Bison. Eine Kiste Spirituosen. Da können sie sich wenigstens besaufen. Dieser Typ macht echt mit allen hier Geschäfte. Also, ähm... Was in den Zetteln steht, das wundert euch nicht. Das wird mich teilweise etwas vielleicht überraschen, weil ich mir das natürlich nicht gemerkt habe. Ich habe mir das, keine Ahnung, beim allerersten Mal durchgelesen, dann nie wieder. Und das habe ich alles schon wieder vergessen. Das meiste zumindest. Zurück, zurück, verdammt! Wir wollen nur reden, Robert. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Der ist doch wahnsinnig gerade. Robert! Der Idiot. Leck mich, Joel! Hallo, Robert. Tess, Joel. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu! Was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur sagen... Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar. Aber... Es ist kompliziert. Okay? Hör zu! Lass mich einfach rausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern! Was würdest du sagen? Ich hab' sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauch' einfach nur mehr Zeit. Gib mir ne Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hm? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist ne Scheißidee! Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung! Wie erklären es ihnen? Na dann? Suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich hab sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen. Und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Man merkt schon, dass Tess und Joel ziemlich knallhart sind. Also ihr seht schon, hier sind viele Sachen, die man mitnehmen kann. Also immer schön alles absuchen. Ist auch ein neuer Stock. Also den einfach so abzuknallen ist schon ziemlich heftig. Also bei Joel gut, überrascht ich mich nicht, warum er so griesgremig auch geworden ist. Nachdem er seine Tochter verloren hat, ist das kein Wunder. Ich meine, wem würde es nicht so gehen? So, jetzt machen wir einfach mal nicht Ladies first. Sondern Joel geht zuerst. Sie sagt ja selbst, sie wäre keine Lady. Von daher. Ich weiß ja schon, wo es lang geht. Von daher kann ich mal vorgehen. Ich kann noch nichts machen. Ich kann erst was machen, wenn sie das sagt. Ich konnte ja vorher nichts machen. Du musst es erst sagen. Dann darf ich. Sonst hätte ich schon längst freiwillig angefangen. Vor allem, sie ist eine Frau und zudem auch noch verletzt. Und ich soll das Tor alleine schieben. Also, hallo? Warum ist das nicht meine Art, frage ich mich. Also, auf Joels Art vielleicht nicht. Was liegt zu dieser Tür? Also, meine Art wäre es auf jeden Fall, lieber zu schleichen, als mit vorzupreschen. Warte ich mir doch nicht im Weg rum. Wieso er das nicht gehört hat, verstehe ich mich. Die könnt ihr im Prinzip auch alle sehr, sehr einfach erwirken. Ja, da hinten werden gerade Fireflies hingerichtet. Wenn du mich tötest. Wenn du mich tötest. Ich merke mal schon, was Joel für Kraft hat, anscheinend. Und tschüss. Arschloch. Also, normalerweise könnte man, wie gesagt, den sehr gut erwirken hier. Dann einfach. Ja, das werde ich nochmal machen. Aber es geht nur darum, dass ich dann ein optionales Gespräch sonst nicht ausführen kann, wenn ich die nicht erschieße. Äh, wenn doch, ja. Aber ich muss die erschießen, um die, um das dann hinzukriegen. Jetzt tu doch nichts Dummes. So, dann könnt ihr einfach hier hinten verstecken. Das ist ganz wichtig, damit die den nicht finden. So, und jetzt mache ich jetzt einfach so. Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Wo ist er nur? So. Also, ich hätte die alle spielend leicht erwirken können. Aber ich will ja hier diese... Also, das ging vorher. Komischerweise geht das nicht, wenn man die erwirkt. Ich weiß nicht, warum. Gottverdammt! Das ist Warren! Ruhe in Frieden. Wir sollten los, Marleen. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Das ist schon krass, was in dieser Welt abgeht. Also, fehlen einem die Worte. Also, da sagt man doch, was für eine Grafik, oder? Einfach nur krass. Jetzt latscht die mir ihren Weg rum. Oh, die ist fix und fertig. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Muss ja irgendwie nicht. Wir sind jetzt auch gleich da. Achtung! Die Sperrstunde tritt jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Was sollen wir schmuggeln? Das wird man gleich sehen. Die Sperrstunde sind jetzt in Kraft. Wer ohne entsprechenden Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Das ist furchtbar, diese Welt. Kann man nicht anders sagen. Ja. Joel, hilf mir mal eben. Wo, wo, wo. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von dir! Na auf damit! Ah! Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist! Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie. Das ist unsere einzige Chance. Ellie. Wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du's grad sagst? Wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen hab. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaub, dass ich keine Wunsehle. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu. Bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Die ist bloß wahre, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du? Komm her. Gehen wir. Im Moment ist er wirklich noch ziemlich grießgrämig und unfreundlich zu ihr. Ja. Jetzt ist es soweit. Die gute Ellie hat sich uns angeschlossen. Der andere Hauptcharakter dieser Geschichte. Ein junges Mädchen. 14 Jahre alt. Das erfährt man ja auch alles noch. Aber ich würde einfach sagen, das machen wir dann wieder im nächsten Part. Und ganz einfach bis dann. Macht's gut.